Fit im Büro. Mit 10 Minuten täglich steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit. Übung Nummer 1. Kreuzwurf. Zwei Bälle in die Luft werfen und über Kreuz wieder fangen. Übung Nummer 2. Fingerspiele. Die Fingerkuppen auf den Tisch legen und einen Finger nach dem anderen tippen. Zuerst mit einer Hand, dann mit zweien gleichzeitig. Für Experten, die eine Hand startet mit dem Daumen, die andere mit dem kleinen Finger. Übung Nummer 3. Tief durchatmen. Im aufrechten Sitz die Schultern anheben und tief einatmen. 5 Sekunden halten, dann die Schultern mit dem Ausatmen fallen lassen. Übung Nummer 4. Durch den Raum gehen. Schlendern Sie durch den Raum und werfen einen Ball oder eine Papierkugel in die Luft und fangen Sie wieder auf. Übung Nummer 5. Der Einbeinstand. Stellen Sie sich auf ein Bein und bewegen den Kopf von links nach rechts. Wiederholen Sie das 10 Mal. Übung Nummer 6. Buchstaben zählen. Nehmen Sie sich einen beliebigen Text und zählen die A's und B's. Übung Nummer 7. Die Hängematte. Im aufrechten Sitz die Arme hinter dem Kopf verschränken und mit dem Kopf gegen die Hände drücken. Fünf Sekunden halten und dreimal wiederholen. Übung Nummer 8. Werfen Sie einem Partner einen Ball zu. Der Werfer sagt an, in welcher Hand er werfen wird. Der Fänger muss dann das entgegengesetzte Bein nach vorne stellen. Mit diesen einfachen Übungen können Sie in wenigen Wochen deutliche Verbesserungen erzielen. Wenn Sie noch mehr über Präventionskurse wissen möchten, schauen Sie auf die BIC-Website. Die BIC bezuschusst diese Kurse, wenn Sie Mitglied werden oder sind. Gasically wird ein bisschen Förster bloß. Entfernen mit anderen Ab Elena. Das heißt, werden Sie die Knappe führen mit einer BIC-Website. Entfernen Sie die BIC-Website. Entfernen kann sich- Ab fateoms twice Euroisch. Nichtw meaning espe Chぎ komplett ab living,130V145-2. Dann haben Sie eine BIC-Website.